Sie soll die Mächtigen kontrollieren und gilt als Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Eine freie und unabhängige Presse. Doch ein Teil der Menschen hat das Vertrauen in die Arbeit der Medien verloren. Zugleich behindern Hass, Hetze und tägliche Angriffe immer häufiger die Arbeit von Journalisten. Wie frei ist unsere Presse? Unser Thema mit MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Torsten Küllig von der ständigen Publikumskonferenz am Montag bei Faktist.